Das glaub ich dir jetzt noch nicht. Was hat der denn gesoffen? Hallo? Was glaub ich jetzt nicht? Aufwachen! Hier ist angehelfen. Konsum im Bad verboten. Ich glaub nicht. Was glaub ich, sie werden finden? Hören Sie mal, wie viel es ist. Und Sie, mein Freund, sind hier zerhaftet. Ja, dann können Sie verstehen. Ich glaub nicht, Sie müssen aber gar nicht was hier tun. Verstehen Sie von mir? Ich glaub, Sie, Sie, ihn abschneiden. Ja, gestell ich ihn bei dir. Ach, spinns dich nicht? Auf, los und versach! Oh, so! Ich war hier. Ich hab die ganze... Geschlafen! Ah! Ah! Das ist mein Fahrrad da! Dafür verlierst du zwei Jahre Gitaß! Du Arschloch! Darf das ein polizistisch sagen? Mir doch nicht nur.